Hallo Leute und willkommen zurück zu Super Mario 64. In der letzten Folge habe ich kläglich versagt, die 100 Münzen zu kriegen. Deswegen, ja, jetzt nur erstmal die roten Münzen und die 100 Münzen holen wir uns in irgendeinem nächsten Teil. Auf jeden Fall. Na gut. Äh, ja. Ich glaube da hinten war es erstmal durch. Na, verdammt. Egal, die essen... Äh, ja. Oh, Münzen, ja. Die habe ich schon vorher gefunden. Ich, wohl, ich werde nachgucken. Zwei Münzen. Obwohl, das wäre ja noch eine Möglichkeit, da ein paar Münzen abzustauben. Äh, ach nee. Ich hebe es mir für später auf. Äh, ja. Ach ja, jetzt muss ich ja nach hinten hoch. Na gut. Ach, egal. Das hat's umsonst. Äh, aber das nicht. Das nicht. Das absolut nicht. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, wie schwierig das überhaupt war. Ah, die acht Brotnützen hier zusammen. Äh, okay. Da befand sich keine Münze. Aber hier haben wir eine Münze. Fürben fahren wir. Ähm, ja. Das war jetzt Nummer sechs gewesen. Sieben und acht. So, dann höre ich jetzt schon 21 Münzen. Und das nur mit den paar Münzen davor. Okay. Es gibt geheime Sterne, das weiß ich. Ich glaube, zehn habe ich gewartet. Okay, das war vermutlich ein Fehler. Werden wir mal gucken, ob er überhaupt aufnimmt. Das werde ich natürlich nachher rausschneiden. Ja, er nimmt auf. Gut. Lauf auf den Grund des Sees. Hä? Okay, da muss ich, äh, bei Nessie hin. So wie's aussieht. Oh, wie kommt man am schnellsten zu Nessie? Oh, wie, genau. Uh. Lalalala, lalalala, lalalala. Juhu. Au. Das war vielleicht doch etwas zu überstürzt. Ja, aber was soll's. Ich denke mal, das wird das Richtige sein. Probieren wir es aus. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Uuuh. Ob du contestest, ist das auch. Ja. Sehr, sehr gute Frage. Da haben wir Nessie. Achso, ja, klar. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Glaube ich zumindest. Jetzt muss ich auch ein Schalter betätigen. Ah. Ah. Okay. Ich glaube, ich habe mal wieder vergessen, Stopp und zu drücken. Na ja, gut. Was soll's? Weiter, weiter. Und der Nächste stehe. Durchsuche das Nebellabyrind. Okay. Nebellabyrind, ich komme. Nebellabyrind. Da ist er. Ob ich gleich die 100 Münzen versuche mitzukriegen? Ich glaube, das wird wieder ein Fehlschlag. Aber im Versuch ist es wert. Äh. Ich wusste es. Aber ich muss ja trotzdem springen. Okay. 14. Gut. Dann werde ich nochmal die 8 roten Münzen sammeln, damit ich auch genug Münzen habe. Okay. Halt, ich will die Münze haben. Ey. Mann. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Oh, Mann. Ich hab's gewusst. Aber ich muss da trotzdem wieder rauf. Ich will diese 5 Münzen haben. Ja. Das erweist ja jetzt schwieriger als erwartet. Ah. Na toll. Das. Oh, Mann. Okay. 26. Hab ich schon mal. Wuiah. Wuiah. Chaka. Okay. Okay. Ganz ruhig. Jetzt plötzlich erstmal die Münze da gekreißt. Oh. Und dann die da. Ja! Ja! ... 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 Na, krieg ich engb. Nee, du bist nur ein Auge. Oh Mann, ich, 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 ich will dich aber... Äh... Okay. Echt gemein, das Vieh. Okay, dann lassen wir es erstmal außen vor. Dann lassen wir es erstmal außen vor. Hoi. Geht doch. Ah, von hier aus könnte ich wieder russpringen. Und BAM! Ach ja, das war noch Kultmusik. In den Games, ja, ja. Blöde scheiß Auge, ne? Und diese blöde Fledermaus stört mich auch EXTREM. Toofel. Hier haben wir Nichts, tonnes. Oh yeah. Arnh�. Fardin. Äh, ja Wir gehen hier lang Halt, Moment Ich befinde mich da Wo befinde ich mich denn jetzt? So, ne, das ist labierend da Moment, äh, ja Okay, ich geh doch erst hier lang Und das wollte ich, oh Ich brauch um Münze Okay Ah, ha Äh, nein, nein, nein Das geht schief, das geht schief Das weiß ich jetzt schon Ja, und wenn ich wieder zum Nächsten gehe Dann geht das auch wieder schief Das weiß ich jetzt Weiß ich jetzt schon Deswegen geh ich den Weg erst später Hm Vier später Jetzt geht's runter Hallo Okay Okay Wir wahren uns erst mal so vor Hey Bam Ja Hey, wo bist du? Wo bist du? Bist du woher? Komm Hey Hey Get off Get off Okay 93, na toll. So, kommen wir hier lang? Brauchen wir noch 7 Münzen. 7 Münzen. 7 Münzen. 8 Münzen. Alles klar. Ich glaube, das dürfte der sein. 95, 96, 97, 98. Äh. Hilfe. Okay. Egal. Ich werde diesen Stern haben. Diesen 100 Münzen Stern. Okay, wir haben ihn endlich. Okay. Jetzt kann ich gerne versuchen, mich umzubringen. Na komm. Einmal drehen, bitte. Oh. Boah. Warum hat das im letzten Part nicht geklappt? Wieso? Wieso? Ja. Ja. So, jetzt kann ich endlich den Stern da oben holen. Und dann habe ich, denke ich, meine Paddel auch so gut sie geschafft. Und dann habe ich, denke ich, die Mäuschen zu töten. Also, jetzt hätte ich schon ehrlich den Stern gehabt. Egal, egal. Aber ich habe den Stern. Jetzt kann ich mir auch endlich den Stern holen. Lalalalalalalala. Welche ich schaffe? Ja! Hörpiger! Okay. Dann soll es das, äh... Suche im Nebel den Notausgang. Das war der falsche Stern. Egal. Das war es auf jeden Fall für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!